Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Trainer Rüdiger Rehm kassierte nach 5 Siegen in Serie mal wieder eine Niederlage mit Wien-Wiesbaden Urheberrecht Getty Images der SV Wien-Wiesbaden muss im Aufstiegsrennen der 3. Liga einen herben Dämpfer hinnehmen. Kaiserslautern gibt in der Nachspielzeit einen Sieg aus der Hand. Rückschlag für den SV Wien-Wiesbaden im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Die Hessen verloren am Sonntag zu Hause gegen die Würzburger Kickers 0 zu 2, 0 zu 1 und verpassten die Chance, zum Tabeln 2. Karlsruher SC aufzuschließen. Orhan Ademi, 9.82, traf für die Mainfranken. Der ehemalige Bundesligas 1. FC Kaiserslautern hatte zuvor einen weiteren Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. Mit dem Sport1-Messenger keine News mehr verpassen. Hier anmelden, Anzeige in der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Roni König vom FSV CK, den Treffer zum 1 zu 1, 1 zu 0, entstand. Die Pfälzer bleiben damit im Tabellenmittelfeld. Christian Kühlwetter, 23. hatte für den FC K zum 1 zu 0 getroffen. CKs Torwart Johannes Brinkis parierte einen Foul-Elfmeter von Yannick Sternberg, 45. 2. Die Lauterer sind aber seit drei Spielen ungeschlagen und holten dabei 5 Punkte. Die Pfälzer